Hi zusammen, heute eine Kurzbotschaft vom Universum für die Woche vom 28. Oktober bis 3. November 2024. Liebes Universum, bitte gib mir Botschaften, was auf uns zukommt. Dies ist eine allgemeine Legung. Bitte denkt daran, dass es sein kann, dass ihr nicht vollständig in Resonanz geht. Als Hauptthema liegen neue Aufgaben und eine Herausforderung mit den Finanzen erhält neue Aufgaben und eine Herausforderung in der Öffentlichkeit der Herzensmensch in den Ferien. Die weiteren Tendenzen, eine Nachricht und Botschaft aller Art durch Brief, E-Mail oder Infos aus dem Internet erhältst du. Alles Liebe, eure Sonny.